ich weiß nicht von wo man das sehen könnte das wäre jetzt natürlich die frage einfach mal unten gucken oder ja schauen wir mal wegen der neuen stadt wo kommen wir jetzt eigentlich wieder runter ich mach einfach nur slash spawn am spawn mach ich das dann immer du wirst gehalten echt steht hier und was steht denn hier raumanzug kann man sich kaufen oder adventurier was haben wir hier noch hier gibt es fleisch ersatz das schild ist elf tage auch gott einfach mal auf alles klicken was sie hier so rumgeschrieben haben farm und fahren portos da steht nix drauf das ist sowas wie es games und so ne und was ist noch und was haben wir denn überhaupt alle spiele drauf ich weiß es gar nicht hunger games warte mal da können wir am besten beim ding ins gucken beim sozusagen downtown da stehen ja glaube ich alles kommen wir auch hier durch einmal speed speedway joh und so das hat verschwunden ich glaube die schilder haben es weggebracht das ist irgendwas unter und was auch nicht ich glaube das wird mit dem bonnhof sein die mann haben alles mit die schilder games na okay dann nehmen wir das warfschild einfach hier steht irgendwas oder pvp arena wir sind 2.0 wichtig in den star vorher deren ich glaube wenn man sonst alles verliert oder so ich sage jetzt rein oder was ne ne bist du verrückt wo bist du hin hier ist die pvp arena glaube ich wenn mich nicht alles täuscht ne da war die eine arena wo man glaube ich ähm wie heißt das diese blöcke immer abbaut unter sich und somit dann versucht quasi dass da und dann nicht also der letzte der der oben ist der hat gewonnen glied ja genau kuck mal was gibt es denn hier so also bogen kann es ja recht günstig kriegen mußte nur in den fernpark ja ich glaube da bezahlen 5 tm oder so Ich weiß gar nicht, aber Bögen habe ich, ey, so kann ich eigentlich selber genug machen. Ich habe eine Enchanted, einen Power 4 und einen Infinity 1, glaube ich, oder so. Vor allem Bögen, ich habe nie einen Bogen dabei. Ich habe dabei zwei Spitzhacken, eine Fischensee und eine halt Silk Touch. Dann momentan zwei Schaufeln, eine Fortune und eine Fischensee und dann noch eine mit Silk Touch. Eine Fortune 3 und eine Fischensee, vier Axt und ein Schwert, das ist eigentlich, keine Ahnung, was ich halt gerade überhaupt. Ich bin auf dem VIP-Balkon. Sicher? So stelle ich nochmals hoch. Was? VIPs. Wee! Nein, verdammt! Fail. Ist nicht ganz so weit gegangen. Wo geht es da unten noch hin? Da geht es wieder raus, oder was? Ich glaube schon. Äh... Das sah hier, damals, äh, damals hat das ganz anders ausgeschaut. Hier war alles grüne Wiese und blühenden Sonnenblumen und was weiß ich. Und jetzt sieht es hier alles aus, als wäre hier, was weiß ich, Dresden 45, ein Scheiß-Trick dagegen. Halt ein bisschen was von Gebirge, ne? Ja. Leicht. Das ist das Labyrinth. Wahrscheinlich. Wo kommen wir hier raus? Bei irgendeiner Glaskoppe? Das könnte das Stadion sein, oder? Gibt es doch nicht irgendeine Arena oder Eisstadion, oder ich weiß es nicht. Es gibt mehrere Stadien. Ich glaube, bei dem bin ich damals auch eingebrochen, oder so. Äh, also natürlich un-un-un-ungewollt, äh. Ich bin reingefallen. Deswegen eingebrochen. Jaja, es kommt ein bisschen blöd, wenn man das zuerst sagt, gell? Ja. Was ist denn da drüben noch? Ein fette Tower. Ich schätze mal, es sollte sowas wie... Keine Ahnung, vielleicht das Haus in Dubai sein? Kann das sein? Gibt es doch dieses fette Hotel da. Das hieß das Eisstadion. Ja, genau. Da war ich, wie gesagt, mal drin. Also, da war es noch nicht mal fertig, glaub ich. Hast du auch gerade die Schrift gekriegt? Ja, irgendwas mit blau, irgendwas mit hallo und so. Was steht da? Hier, wenn du hier draufkommst. Willkommen in der Eishalle. Von du dumm. Efekuche 96. Nett. Eishalle. Es ist ja halt schade, dass man sowas nicht gescheit spielen kann. Hey, warum klettest ein Mongo? Warum ist da nichts drauf? Er hat da bestimmt abreißen müssen. Könnte sein, ja. Bitte einen hoch ausbauen, keine Holzkabelwände. Oh. Ähm. Ah, das könnte ein bisschen eine kleinere Darstellung vom World Trade Center sein, hä? Hm, nee. Das erinnert mich an... Das gibt doch in... Hm. Aus den asiatischen... ...Zonen, da gab's doch auch so'n... ...Tower, der so verbunden ist, oder nicht? Bin mir nicht sicher. Da ist der alte Hafen. Der hat hier ein Tier gebaut. Da vorne ist, glaub ich... Ah, ja, genau, mhm. Wir sind in Downtown. Ja, ja, stimmt. Das Boot kenn ich auch noch. Ja, ich auch. Seitdem ich hier auf dem Server bin, habe ich meine Black Pearl komplett vernachlässigt. Schlimm. Ja. Ich hab bis jetzt nur den Rumpf fertig. Aber das sind schon vier Etagen. Beruf für offizielle Anliegen, bitte klingeln. Wer hört hier zu? Wo ist die Klinge vor allem? Leider sind wir derzeit im Urlaub. Wir erreichen... Sie erreichen uns zwischen unseren Öffnungszeiten vormittags zwischen 8.59 Uhr und 9.00 Uhr. Boah, mit meinem Texture Pack denke ich immer, hier ist kein Glas, ey. Da krieg ich immer Schiss. Hast du da diese Umrandung einmal nur komplett, oder? Genau. Dass das in der Mitte weg ist, ja. Ja. Das will ich eigentlich auch mal haben, aber irgendwie, keine Ahnung. Spackt das bei mir immer rum. Es sind aber mehr Boote geworden. Ja, auf jeden Fall. Erst gab es doch nur eine Yacht. Ja, ich kannte zwei Boote. Ich glaube, das kleine da. Aber das ist definitiv neu, das ganz, ganz kleine. Das ist breiter als lang, glaube ich. Jetzt kommt dir dann auch bald 1.4 raus, gell? 31. Oktober steht im... Ich war mir nicht fertig, ich bin gerade erstmal dabei, damit zu klar zu kommen, hier. Hahaha. Und da kommt schon das ganze Neue jetzt zurück. Das ist echt schlimm, ja. Das da drüben war das erste Boote, oder? Ich glaube, schon, ja. Ist auf alle Fälle das Geilste. Team Deathmatch. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr geiles Haus. Das ist ja auch von der Homepage, der ist... Der Header. Der Hintergrundbilder. Und so, ja. Das sah auch cool aus. Und hier stand er. Damals. Oh ja, viel Arbeit. Und da waren ja auch die, die, das, 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 äh, Netherportal, gell? Richtig. Das war unten drin, in der, wie haben wir das, äh, Paradies war unten hier. Paradies, genau. Das stimmt. Das sieht gut aus. Was ist das? Wasser und Kloster dahinter. Was ist das Gebäude für einen Teil? Weiß keiner. Ein dunkler, schwarzer Bunker. Aus Sandstein. Ohne Fenster. Mit Seehäutengefängnis. Nee, das Gefängnis ist woanders. Stimmt, auf so einer kleinen Insel, da bin ich auch aus Versehen mal eingebrochen. Hahaha. Ist da Glas drumherum? Ja. Zu den Kassen. Hä? Schwimmbad? Äh, ist das das Schwimmbad? Weißt du noch, das Schwimmbad, ich glaube, das hat doch auch, äh, Gemond gebaut, oder? Genau, das hat der Gemond gebaut. Das habe ich auch, ähm, vorgestern wieder gesehen. Ich war nämlich in der Geisterstadt. Geisterstadt? Ja, es gibt eine Geisterstadt, ähm, dort werden alle Gebäude hin verschoben, die abgerissen werden, beziehungsweise, ähm, verlegt werden, weil der User nicht mehr da ist, oder weil andere Sachen. Und da habe ich geguckt mit Messerlinie, ob ich, äh, ob wir den Dom da noch finden, oder, ähm, mein altes Haus, was hier ja auch war, am Oldsborn. Und, gefunden? Ne. Verdammt. Ja, aber ist auch nicht schlimm. Also ich meine, was hatte ich denn da früher? Das waren mehrere Etagen. Ich komme nicht mehr raus. Ah doch, hier. Wo bist du denn? Ich bin reingefallen. Ich bin aus Versehen wieder eingebrochen. Ist da was vor, was das eigentlich ist? Äh, ähm, ne, nicht wirklich. Warte, der, der Knast, der müsste doch hier in theoretisch auch in der Nähe sein. Auf irgendeiner Insel war der, ja. Mhm. Warte mal kurz, ich cheat mal kurz ein bisschen. Timonia, Live-Map. Hm, 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 hm. Hoden, da müssen nur noch die Namen angezeigt werden. Hoden und. Ja, ja, der ist geradeaus in der. Alter, der ist ja riesig, oder? Ist das der? Ja. Oder ist das das da? Ne, das ist schon das. Wir müssen einfach nur geradeaus, glaube ich. Ne, du bist. Falsch. Ich glaube, da ist... Jetzt muss ich auch. Was ist denn das für ein geiler Glasturm? Das hat sich hier jemandem wirklich viel Mühe gegeben. Wo bist du? Äh, ich stehe hier an so einem anderen Schiff noch. Ah, die... Was auch immer für ein Schiff. Ich hab grad ein Problem. Ich seh die Map nicht. Ah, jetzt ist da, Map. So, der Knast. Einfach rechts. Also wieder zurück und dann nach... ...die Richtung. Einfach rechts. Das weiß ich Bescheid, oder? Genau, einfach rechts. Einfach der Nase nach. Da ist ja... Wie heißt das? Venedig? Ne, Venedig, ne? Im Grunde, so wie du jetzt stehst, immer im Prinzip quasi in Richtung Schiff. Siehst du mich? Ja, genau. Richtung Schiff. Da ist... Da, wo die Polizei ist. Da kommen wir doch hin. Über die Straße. Ja, genau. Und dann... Dahinter ist gleich das Gefängnis. Nochmal alles. Ja. Direkt gegenüber quasi. Im Meer. Ja. Ja. Bing, bing, bing. Hat hier niemand irgendwo eine Ender-Chester? Das ist ja Wahnsinn. Ich will mal wieder eine Speed Potion haben. Was ist denn das für ein Gebäude hier? Oh, Server-Clone. Verdammt. Ja. Das dauert ja kurz. Ich wummel mal. Kippchen. Jo. Bis gleich. Bis gleich. Hinter dir. Ah. Die Polizei hab ich mitgebaut. Ja. Bestimmt, von außen sieht's gleich aus. Ja, die ist auch von innen gleich. Guck, da ist der Schalter, wo du dann die Türen öffnen kannst. Aha. Wie kommt man rein? Äh, eigentlich nur von innen. Deswegen hatte ich da meinen Home-Punkt gesetzt. Warte mal, ich bin hier noch normales Einbrechskünstler. Und hier hinten waren die Büros von den Mods. Die sind aber ein bisschen anders, oder? Oder waren die damals auch schon so? Die waren auch so. Da vorne ist die Warte-Ecke. Die Sitzecke. Das ist die Polizei, die ich damals mitgebaut habe. Keine Möglichkeit einzubrechen. Ich überlege noch, wo die eh an. Du altens mal vor Weihnachten rein mit dem Künstler. Gehört doch niemanden. Theoretisch ist das meins. Baugebiet, ja. Also nicht so hoch. Also so hoch habe ich es nicht gebaut, aber... Wir hatten zwei Stockwerke angefangen gehabt, damals. Oh, jetzt müssen... Naja, unregelmäßige Zahl mehr. Hm. Gehört auch niemanden. Das Baugebiet. Oh. Ja, cool. Den gibst du ja doch noch. Und das Haus daneben da, das links, das ist ja auch irgendwie relativ interessant. Was genau soll das sein? Sieht auf jeden Fall cool aus. Sieht jetzt ganz gut aus, steht davor. Ich brauche noch etwas Zeit. Schaffe... Äh, nur das erste Achtzichten. Mit zwei A. Scha-a-afe. Ganz viele A's. Aber was soll das sein? Ich weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Sottos, ja. Irgendwie. Auf seine Art und Weise. Aufturm... Äh, Aufturm-Aufzug. Ein Aufturm ist auch cool. Das ist, ähm, auch von... Dem... Der die Kiste gebaut hat. Schon, ja? Ich hab... Ja, ich hab gerade mal geguckt mit der Schaufel. Ja, ich auch. Das kann ja jeder hier. Das ist schon cool. Fehlt nur der Weg nach oben. Oder? Vertu ich mich. Da drüben. Nee, gibt's... Gibt's einmal so einen Aufzug aus Wasser? Und dann... Dörte. Gibt's da noch... Auf jeden Fall sehr cool. Wenn das noch weiter gemacht wird, das ist natürlich cool. Auf jeden. Ah, da ist die Feuerwehr. Ja, genau. Die, ähm, wurde auch zum... meiner Zeit damals gebaut. Auch wieder Baugebiet, oder? Nee? Nee. Genau. Ja, von Hippo. Ist auch sehr cool geworden. Ihr hattet hier sogar eine Wohnung, glaub ich. Besucher... Einbrecher. Ich hoffe, ihr werdet erwart... Äh, was? Ich hoffe, ihr werdet erwartet. Verdammt, geht nicht auf. Achso, nicht mit der Schaufel. Wetten, man kommt nicht mehr raus. Sie dürfen hier rausgehen. Danke sehr. Super. Über den Falltürm. Nächster. Das wär evil. Alter, was ist denn das für ein Teil da? Mal davon abgesehen, dass bei mir gerade wieder die Chunks nicht laden. Ja, das ist hier schön... Das mit dem Wasser an den Seiten. Sieht fett aus. Und nun schraub alle eine Platze unten. Richtig fette. Und alles aus Eisen, oder? Das sind Eisenblöcke. Ja. Ja. Das ist schön viel Material. Hm, ob das so gebaut wurde, oder von einem User? Ähm, nachschauen. Das wäre die einfachste Möglichkeit, um es herauszufinden. Da hast du recht. Ein Graben. Kampfkarte. Ähm, ne. Baugebiet steht zwar hinten dran. Ja, das ist normal. So heißt das hier alles in Oldsborn, ne? Wir sind hier in Oldsborn, ja. Da hab ich auch noch ein Haus von mir. Mein altes... Meine allererste Hütte. Ich bin sogar Haus Nummer 1 oder so. Oldsborn-Haus Nummer 1. Ja, da hab ich doch auch gewohnt. Das Haus ist auf jeden Fall weg. Das gibt's auch nicht mehr in der Geisterstadt. Wie kommt man denn zur Geisterstadt? Ähm, ich glaub nur als Edmund oder so. Verdammt. Wir könnten mal... Da ist ein Ohn... Ähm, ich geh mal... Warte mal, ich hab ne Idee. Ich bin mal kurz weg hier und geh mal kurz ins CSW-Win fragen. Mhm. Bis gleich. Wo, wenn wir dann irgendwie, ähm... Cleanstones hatten? Überleg mal, weil das ist so viel Kohle verbreitet, die ganzen Mist da zu machen. Und Kohle gab's ja damals noch nicht so viel. Ja. Wie macht man Cleanstone? Ähm, keine Ahnung. Damals war das wirklich, äh, wirklich krass, ja. Ja. Und deswegen haben wir dann, ähm... kurz nach dem Krieg geben. Ja. Und jetzt zieh uns an. Aber meine Orgel gibt's auch nicht mehr, ne? Es gibt gar nichts mehr. Alles weg, ja. Die Orgel war so cool. Die hatte was, ja. Auch der, der Kirchenturm, äh, Kirchenturm, wo die Glocke drin war. Ja. Hier gibt's keine Glocke, oder? Jetzt besteht die Orgel aus einem Notenblock. Das ist alles hier, ähm... modernisiert worden. Genau, keine Orgel mehr. Ein Keyboard muss jetzt her. Jetzt gibt's auch kein Glöckner mehr. Jetzt kommt hier alles von der CD. Ja, genau. Hey, Geheimgang? Nee. Wow! Oh, da geht's runter. Aber ich glaub, du hast keinen Fallschaden. Nee, man hat keinen Fallschaden. Boah. Alter. Alter, Alter. Jetzt hab ich hier... Ja, ich glaub, das ist der Raum, oder? Den du ausgehoben hast. Ja. Nur leicht nicht mehr paradiesmäßig, hab ich das Gefühl. Nee, aber das ist der Raum. Also, diesen hat, äh, Messerlinie gestaltet. Hier geht's in den... Geht's hier in den Eta? Ja, hier dürft's, glaub ich, reingehen. Ja, hier geht's in den Eta. Ja. Genau. Wuhu! Limbus. Ey, überleg mal, damals... Damals, da war das hier alles schön grün. Mhm. Und jede Menge Pflanzen. Also, da hattest du, glaub ich, mit Knochenmehl, oder? Es gab's damals, glaub ich, schon... Ja, Knochenmehl. Und dann... Also, alles zugespam. ...und dann dieses ganz schön scheiß Glowstone. Und ich überleg mal, wir hatten die Decke. Die war ja so angeordnet mit dem Glowstone, dass es nicht jetzt aussieht wie wirklich im Eta. Ja. Sondern da hatten wir ja richtig, ähm... ...irgendwie alle fünf Blöcke in Glowstone gesetzt. Das war ja komplett... ...symmetrisch. Ah, hier geht's vor ruhig zum Spawn. Ja, weil, wenn man oben übrigens über den Old Spawn quasi runter springt, also in die Hülle, springt man da durch so eine Lava. Und dann landet man hier unten. Mhm. Ich würd grad interessieren, ob man hier über den Spawn geht, ob man dann beim Haupt-Spawn rauskommt oder beim Ultimate-Spawn, aber ich schätze mal beim... beim 9, oder? Ja, beim 9. Ja. Dann kann ich mir jetzt hier nächstens die 100 Timonions holen. Ich kann nicht. Du darfst noch nicht. Wie werde ich User? Ja. Ja. Wie bekomm' ich Rohstoffe? Abbauwelt. Dazu geh'n das Portal. Grundlegendes zu Timonio. Mülleimer. Hey, cool. Da kann man Zeug reinwerfen. Und weg ist es. Du hast keine neuen Müll. Ah, ich hab' den... ...teamspeak 3, äh... Ja, wie wär's denn damit? Nee, das ist mir... Nee, das wird's nicht sein. Nee, das wird's nicht sein. Nee, das wird's nicht sein. Raumanzug, ey, das muss man... Man darf keinen Helm tragen. Hä, dann geht das oder was? Nee. Nee, irgendwie nicht. Don't have permissions to open. So, was ist denn hier? Speedway. Geht's hier hin? Adventure. Äh, nee, Adventure. Ja, das ist doch diese... ...diese neue Welt da, oder? Hm, das soll so auf, ähm... ...adventure-mäßig sein. Also mit Quests und so soll das werden. Hier ist irgendwie... ...alles defekt ist mir letztens aufgefallen. Defekt, defekt, defekt. Achtung, Raum, Zeitverzögerung, kein Durchgang. Hm, schade. Ja, ja, auf der anderen Seite genauso. Ah, das ist quasi ein anderes Wort für defekt. Der hier geht. Der hier oben. Und so... Das soll ja alles so mittelalter-Style werden, weißt? Und dann so mit Aufgaben, etc. Ich wurde ja gefragt, ob ich meine Black Pearl nicht hierhin bauen will. Aber wolltest du nicht? Hm, steht noch nicht fest, ich würd's erst gern fertig machen und dann... Versetzen, was denn eins ist. Ähm, denn das Schiff ist so groß, da... ...kannst du... ...ne komplette Questreihe drauflaufen lassen. Ne komplette was? Questreihe. Also, das heißt Questziee aufeinander. Also, ich würd's sagen, das Schiff ist... ...wenden wir jetzt von hier, von dem weißen Block hier oben. Aha. Hm. Ne, noch weiter sogar. Also, ich würd's sagen, von der Brücke hier hinten. Hier, ungefähr wo die Lagertruhen sind, bis dahin, wo der Turm rausguckt. So lang ist das Schiff. Ach. Ein kleiner, kleines, schnuckeliges Boot, oder? Ja, wie gesagt, Black Pearl. Ich hab sie nach, hm, nach einer Modellbauanleitung nachgebaut. Umgesetzt auf Millimeterpapier für Minecraft und dann... Ja. Angefangen. Der Rumpf ist fertig. Der Rumpf, ja. Und jetzt gehen die Materialien aus, oder wie? Ähm, ne. Die bau ich im Creative-Modus. Ach so, okay. Auf einer... Einzel... Hast du da auch so ein eigenes, äh, Dings ins Grundstück, oder? Ne, ne, das mach ich auf einer, ähm, Singleplayer-Map. Ach so, die ist gar nicht auf dem Server hier, oder was? Nein, nein, nein. Die soll hier dann transferiert werden. Quasi über Bucket. Kannst du ja in den Speicher ziehen und dann auf den Server packen, die Schematik. Mhm. Und dann könnte man sie dann hierher transferieren. Aber sie würde, glaub ich, gut hier reinpassen. Sie ist ziemlich schwarz. Black deswegen wahrscheinlich auch, oder? Ich weiß nicht genau, woher der Name kommt. Black Pearl? Hm. Muss mit Weiß zu tun haben, irgendwas. Das kann sein. Ah, Messerlinie. So. Dann hol ich sie mal dazu, was? Ja. Bist du bereit? Ich bin bereit, denn es ist Zeit. Ich hab eindeutig so viele Leute bei mir im Skype. Hi. Hallöchen. Ich hör Schafe. Ist das bei dir? Das könnte vielleicht von da hinten sein. Da hinten ist eine Schaflau. Aber ich glaub, das hört sich eher von... Nee, das ist nicht von mir. Wo bist du eigentlich? Hinter dir. Ah, da. Na, meine Güte. Dass man hier auch mal so schnell die Orientierung verliert. Komm mal, Flame. Hey, die Landschaft da hinten sieht cool aus. Da hinten ist höher. Ja, das ist Messer. Ach so. Jetzt kann ich von hier nicht lesen. Da-doodoo-doodoo-do-do subscribe.